Rechtliche Änderungen, wie wir das derzeit ja sehr oft auch erleben. Auch in Bezug auf die Behindertenhilfe haben wir vielfältige Veränderungsprozesse, beispielhaft bedingt durch das Bundesteilhabegesetz. Als Einrichtungen, als Teams, als Beschäftigte, dem Wandel immer gut zu folgen und auch alle mitzunehmen, gestaltet sich oft schwierig. Eine chinesische Weisheit lautet, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern, die anderen bauen Windmühlen. Wie Sie Schutzmauern abbauen und Kolleginnen motivieren können, den Weg der Veränderung mitzugestalten, erfahren Sie heute hier. Unser Referent begleitet seit vielen Jahren Teams bei Veränderungsprozessen und entwickelt im Vortrag ein Modell, um mit dem Paradigmenwechsel kreativ, produktiv und angstlösend umzugehen. Er ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Team Consens sowie Leiter des Pädagogischen Fachdienstes der Diakonischen Behindertenhilfe Lilienthal in Bremen. Heißen Sie mit mir willkommen, Herrn Volker Dietzel. Herr Dietzel. Dankeschön. Ich danke für die Einführung. Und Herr Ruppenthal, ich nehme Ihr Beispiel mit den Windmühlen einmal, um in das Thema einzuführen. Wenn ich ein sehr gestresster und von vielen Veränderungen genervter Mitarbeiter bin, der vielleicht ein herausforderndes Arbeitsumfeld hat, mit Menschen, mit herausfordernden Verhaltensweisen und bin dann in einer Informationsveranstaltung, in der mir meine Geschäftsführung oder das Qualitätsmanagement versucht, Veränderungen, in diesem Fall Bundesteilhabegesetz, Veränderungen schmackhaft zu machen. Und die benutzen eben dieses schöne Beispiel, was Sie genannt haben mit den Windmühlen. Dann ist die Chance eher gering, dass ich sage, oh, das ist eine super Idee. Okay, ich mache mich auf und werde Windmühlen bauen, sondern die Gefahr ist leider groß, dass ich so ungefähr so da sitze und sage, die Windmühlen, die können andere bauen. Lass mich doch in Ruhe. Und das beleuchtet so ein bisschen das Dilemma. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie man das hinbekommen kann, dass man diesen anderen Weg eingeht. Und möchte loslegen, indem ich Ihnen erzähle, einen Überblick gebe. Ich möchte darüber sprechen, warum Veränderungen eigentlich so heikel sind, was das Schwierige daran ist. Dann etwas über den Paradigmenwechsel am Beispiel Bundesteilhabegesetz erzählen. Das ist hier nur beispielhaft. Und Grenzen herkömmlicher Methoden beleuchten. Stell dann eine Methode vor, die ich entwickelt habe, Vorstellung Teamcoaching. Und werde dann einen Vortrag und eine Live-Demo starten, das heißt zum Thema Umgang mit Veränderung und Veränderungsdruck. Da werde ich so tun, als würden Sie vor dem Bildschirm ein Team von mir, das ich begleite und coache. Das also ist heute der Inhalt oder soll der Inhalt sein. Zunächst einmal, warum sind Veränderungen so heikel? Die Bedeutung von Routinen tragen ihre Belohnung in sich. Es tut gut, irgendwo Profi zu sein. Wenn man mich morgens um 5 Uhr anruft, dass der Frühdienst nicht steht und ich erscheine zum Dienst und kann das abspulen, dann trägt das seine Belohnung in sich. Belohnungsstoffe werden ausgestoßen. Das ist einfach gut. Und wenn zu viele Veränderungen da sind, dann kann mich das verunsichern. Und wenn viele Veränderungen gleichzeitig da sind, bedeutet das Stress. Wenn dieser Stress zu groß ist, dann werde ich bei dem eingangs erwähnten Beispiel bleiben und dieses Zitat blöd finden. Das heißt, es geht ein bisschen darum, wie kann ich versuchen, solche Veränderungen anders zu gestalten. Wie kann ich letztendlich den Stress minimieren? Das ist hier das Geheimnis. Und das Teilhabegesetz, Paradigmenwechsel und die Herausforderung. Zunächst einmal ist ein Paradigmenwechsel, der Begriff kommt ja aus der universitären Landschaft, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lehrmeinung eine andere ablöst. Und das geht in der Regel nicht langsam oder zart, indem man viele Positionen gleichzeitig nebeneinander bestehen lässt, sondern sehr rigide. Man hat etwas Neues und lädt andere ab. Wenn man vorher eine Sichtweise hatte, dann kann man das eventuell blöd finden, wie jetzt diese alte Sichtweise abgelehnt wird. Das geht also sehr deutlich. Das erleben wir jetzt auch. Und beim Bundesteilhabegesetz haben wir unglaublich viele Veränderungen, um die es jetzt nicht geht bei mir. Das sind also viele administratorische Veränderungen. Die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Modellen der Kostensicherung, nach wie vor bestehende Metzler-Verfahren, andere Verfahren, die Notwendigkeit, Wohn- und Tagesförderstädte voneinander abzugrenzen, das ist hiermit nicht gemeint, sondern mir geht es vor allen Dingen um den im Bundesteilhabegesetz immanenten und inhärenten Wandel meines Selbstbildes. Das heißt, es geht ja ein bisschen darum, dass ich beiseite trete und jemanden versuchen zu assistieren bei seinen Zielen, die er vielleicht oder die sie erreicht, dass ich also, wenn wir das so sagen wollen, einen Wechsel habe vom Erzieher zum Heilerziehungspflieger, zum Assistenten, zur Assistentin, etwas beiseite zu treten und zu schauen, wegzukommen von stellvertretenden Entscheidungen hin zu assistierenden Entscheidungen. Und das ist insbesondere bei Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen nicht so leicht. Und das sind die, mit denen ich meistens arbeite. Ich habe jetzt 30 Jahre Berufserfahrung in Wohngruppeneinheiten, habe in Teams gearbeitet, habe dann als Teamleiter gearbeitet, leite einen Fachdienst und habe in all dieser Zeit immer versucht, Teams zu begleiten, Mitarbeitende, Kollegen und Kolleginnen mit bestimmten Veränderungen umzugehen und vor allen Dingen auch mit Stress umzugehen, der sich daraus erwächst. Und ich erzähle Ihnen ein bisschen, worauf es meiner Meinung nach ankommt. Das Problem bei herkömmlichen Methoden, also bei einer Supervision, wenn wir uns im Team gefetzt haben oder einer Infoveranstaltung, dass jemand vielleicht von der BGW kommt oder die Geschäftsführung, die informiert, was denn das Tolle ist im Bundesteilhabegesetz. Wenn wir sehr viele Stressoren gleichzeitig haben, dann haben wir hier unten diesen Punkt, dass hochgespannte Mitarbeitende mit zu viel Stress auf diese Veranstaltung treffen. Das wird nicht gut ausgehen. Wenn ich zu viel Stress habe, dann oder sagen wir mal einen chronischen Stress aufgrund Veränderungsdruck, dann insbesondere noch potenziert durch die Corona-Krise. All das haben die Kollegen und Kolleginnen ja auch erlebt und ist im Nervensystem verankert, dann habe ich letztendlich so viel Cortisol im Blut, dass ich gar nicht gut nachdenken kann. Das Gehirn pumpt das ganze Blut in die großen Muskeln. Ich bin im Fight-or-Flight-Modus. Und Ambivalenzen auszuhalten, Chancen zu sehen, auch Unstimmigkeiten auszuhalten, mich auf den Weg zu machen, vielleicht eigene Anteile zu erkennen, die ich noch nicht gedacht habe, das ist dann einfach nicht gut. Das funktioniert dann nicht bei einem gewissen Stresslevel. Das ist hier das Problem. Und deswegen sitze ich eher so da und lehne das Windmühlen-Beispiel ab, statt zu sagen, interessante Sache. Stattdessen versuche ich, und das mache ich gleich mit Ihnen als Auditorium, ich stelle mir vor, Sie sind ein Team, was ich begleite, eine gemeinsame Basis durch Fortbildung zu schaffen, wo wir gemeinsam bestimmte Kompetenzen aufbauen. Das sind Bewertungskompetenzen, Stressbewältigung, Gefühlsregulation, Kommunikations-, Moderations- und Konfliktlösungskompetenzen. Und zwar ohne die Frage, wer hat Schuld, wer hat was gemacht. Zentral ist dabei der Beginn, die Stressreduktion. Also wenn es nicht gelingt, in diesem Fall ein belastetes Team mit vielfältigen Stressoren am Anfang diesen Stress ein bisschen zu nehmen, dann kann eine Bildungsveranstaltung oder eine Informationsveranstaltung zum Bundesteilhabegesetz nicht gelingen. Ziel ist daher, eine Lern- und Veränderungsbereitschaft zu erzeugen. Und das möchte ich Ihnen einmal darlegen, beziehungsweise ich starte noch einmal oder will das nochmal untermauern mit einem Beispiel, was ich jüngst erlebt habe. In einer Einrichtung, wo es auch einen großen Change-Management-Prozess gab und gibt, Teile davon vom Bundesteilhabegesetz, hat die Geschäftsführung eine Fortbildungsveranstaltung organisiert. Es war ein Kollege da, ein Psychologe, der einen Vortrag in positiver Psychologie gehalten hat. Das war Arbeitszeit. Man konnte nach der Arbeit kommen, sich hinsetzen, sich das anhören. Sehr interessant. Und neben mir, als ich dann sitze, auf den Referenten warte, kommt ein Kollege, an den ich schätze, und der lässt sich so hinfallen und sagt, denn damit, Volker, sollen wir doch ruhig gestellt werden. Ja, können Sie sich vorstellen, was dieser Kollege so mitnimmt von der Veranstaltung, ob der dort Tools, Werkzeuge aufnimmt, die ihm das Ganze erleichtern, wohl eher nicht. Das ist ein typisches Beispiel für zu viel Stress im System. Und dann sind wir einfach nicht gut im Aufnehmen neuer Inhalte. Das klappt einfach nicht. Ich werde jetzt einen Vortrag und eine Live-Demo machen. Das heißt, ich sehe Sie ja nicht vor dem Bildschirm. Ich werde jetzt so tun, als wären Sie ein Team, und wir haben hier eine Veranstaltung. Also eine einführende Veranstaltung zum Thema Umgang mit Veränderung, Veränderungsdruck, und Sie seien mal angenommen, vielfältig gestresst. Das heißt, Sie sind ein Team, ich nenne Sie mal 17a, Sie sind die Wohngemeinschaft 17a irgendeiner großen Einrichtung. Sie haben es zu tun, Sie leisten Assistent, Sie sind Assistent, Assistentin von Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen, die nicht anders können, als beim großen Erregungslevel manchmal zuzuschlagen oder sie vielleicht zu beleidigen. Traumatisierte, präverbal traumatisierte Menschen, einige von denen können nicht sprechen. Zumindest in der Erregung ist die Introspektionsfähigkeit eingeschränkt. Die wissen also nicht, können nicht genau Auskunft geben. Und darüber hinaus geraten Sie natürlich an Ihre Grenzen. Es gibt, wie so häufig in diesem Fall, gerne mal, wenn es zu einer Krise kommt, zwei verschiedene Lager am Team. Das heißt, ein Teil der Kollegen und Kolleginnen geht ganz anders um mit den als schwierig beschriebenen Verhaltensweisen, sagen wir mal von Frau Meier, als der andere Teil. Sehr klassischerweise, das habe ich oft in Seminaren, ist es so, dass eine Gruppe sagt, okay, wenn jemand das Verhalten gerade schwierig ist, in diesem Fall von Frau Meier angenommen, dann wollen wir mal Anforderungen zurücknehmen. Wir wollen Stress- und Aggressionsauslösenreize minimieren. Wir wollen eher dafür sorgen, dass es Momente gibt, wo es dieser Frau gut geht. Und andere im Team sagen, nein, das ist ja Quatsch, was ihr da sagt, das ist gerade gar nicht gut. Das haben wir vor zehn Jahren ausprobiert, aber es funktioniert überhaupt nicht. Hat damals bei Herrn Lehmkuhl auch nicht geklappt. Sondern im Gegenteil ist es sehr wichtig für diese Frau, dass sie genau weiß, was als nächstes kommt, dass der Tagesablauf vorstrukturiert ist und dass es hier und da auch mal eine Konsequenz für Verhalten gibt. Und diese beiden Lager stehen sich in einer sehr kurzen Zeit leider konträr gegenüber. Es kommt deswegen zu Stress im System. Das heißt, die beiden Lager streiten sich, sie zoffen sich, die Kultur auf den Dienstbesprechungen ist nicht gut. Die stehen sich gegenüber. Und in dieser Situation, also in dieser belasteten Situation, kam dann auch noch Corona. Und nunmehr soll dieses Team, das Team der ausgedachten Wohngruppe 17a, soll einen Veränderungsprozess initiieren und soll sich auch noch als Assistent, Assistentin begreifen und soll in dieser intensivpädagogischen Gruppe den Leuten, wo sie manchmal gar nicht wissen, was das Richtige ist, der Frau Mayer in ihrer Krise, sollen jetzt einen Schritt beiseite treten und sich als Assistent, Assistentin betrachten und ein völlig anderes Selbstbild entwickeln. Das ist die Aufgabe und das ist ungeheuer schwer. Und ich stelle mir einmal so vor, ich wäre jetzt hier der Dozent und Sie im Auditorium, an dem Bildschirm, Sie sind diese ausgedachte Wohneinheit, diese Gruppe 17a. Ich starte mit diesen beiden Dingen, so starte ich jeden Bildungsprozess, einen Vortrag, eine Live-Demo und insbesondere versuche ich, eine Anfangsintervention zu machen. Sie soll dazu dienen, dass überhaupt eine gewisse Lernbereitschaft da ist, also der Stress reduziert wird. Und das tue ich jetzt und danach mache ich ein Impulsreferat, das heißt ein Worst-Case-Szenario und ein Kontrast-Szenario als Ich-Intro. Das mache ich jetzt und Sie stellen sich bitte einmal vor, Sie seien Kollegen und Kolleginnen dieses sehr belasteten, ausgedachten Teams. Dann fange ich an, ich habe mich bereits vorgestellt, so wie ich mich jetzt Ihnen vorgestellt habe und sage, dass es jetzt nicht darum geht, wer irgendwie Recht hat, aber wir haben viele Stressoren hier bei Ihnen im Team, angefangen von dem Konflikt um Frau Meier, wie häufig, wieso häufig, dadurch, dass das Team nicht einig wird, die sogenannten Herausforderungen und Verhaltensweisen von Frau Meier zugenommen. Wir haben Konflikte im Team, der Umgangstum hat gelitten, Sie haben sich ordentlich gefetzt, ordentlich gestritten und nunmehr sollen Sie auch noch sich völlig neu auffassen, Ihre Rolle überdenken, wie soll das gehen. Und da ist es in meinen Augen wichtig, ich maße mir nicht an, Sie zu diagnostizieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber dass wir zunächst einmal unbewusste Hindernisse entlarven. Das ist das. Ich erzähle Ihnen das. Ich bin, das habe ich noch gar nicht gesagt, was ich vom Beruf bin, ich bin Diplom-Pädagoge und Kommunikationspädagoge und auch Deeskalationstrainer. Ich bin häufig in Teams, die Probleme haben, mit jemandem das Verhalten umzugehen und ich will erzählen, was unbewusste Hindernisse sind. Wenn ich mit Herrn Lehmkuhl immer wieder an meine Grenzen komme und Herr Lehmkuhl mich beleidigt hat, mich vielleicht schon mal geschlagen hat und ich ein bisschen voraktiviert in die Situation reingehe, laut werde, Sie dort im Team diese Probleme gar nicht haben, Sie kommen gut mit Herrn Lehmkuhl klar und meine Gruppenleitung, das seien mal Sie, hat mir bereits gesagt, bitte Volker, in dem Ton, es ist ja kein Wunder, dass es eskalieren muss und ich bin aber unbewusst mit einem großen Stress in die Situation, in die Assistenzleistungssituation gehe ich. Ich strahle diesen Stress aus. Dadurch kann Herr Lehmkuhl gar nicht anders, als das Verhalten erst recht bei mir zeigen, was ich wiederum zum Anlass nehme, zu sagen, dass er das mit Absicht macht und habe unbewusst auch Angst vor Herrn Lehmkuhl und dann gehe ich in ein Bildungsangebot, dann kommt eine Fachberatung oder ein Deeskalationstrainer, das seien einmal Sie, und erzählt etwas zum Umgang mit Herausforderungen und Verhaltensweisen. Dann sitze ich da tendenziell so und habe die ganze Zeit Herrn Lehmkuhl im Kopf und wehe, wenn irgendetwas, was Sie sagen, nicht eins zu eins auf diesen meinen Klienten zutrifft, dann passiert etwas, was ist fast schon Automatismus, das kann der ja gerne mal versuchen, oder? Das kann der ja gerne mal bei Herrn Lehmkuhl im Frühdienst machen, der soll mal herkommen. Das ist in der Theorie gut, aber in der Praxis kannst du das vergessen. Dann bleibt mein Selbstbild stabil, aber ich werde den Referenten ablehnen, den werde ich doof finden, aber etwas mitnehmen, was mir in dieser schwierigen Situation vielleicht hilft, das ist eher nicht der Fall. Und das sind unbewusste Hindernisse. Ich gebe Ihnen noch eins, weil das sehr zentral ist, weil ich weiß, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der 17a sehr gestresst sind. Sie haben sehr viel Stress im System. Ein berühmtes, anderes, unbewusstes Hindernis geht ungefähr so. Viele im sozialen Bereich kennen den, wir sind hier in Hamburg, oder nehmen das hier in Hamburg aus, den Klassiker der Kommunikationspsychologie von Friedemann Schulz von Thun. Zu Recht wird dieses Modell immer wieder genommen, um mit Teams daran zu arbeiten, professionell mit schwierigen Verhaltensweisen umzugehen. Da geht es, Sie werden das größtenteils kennen, da geht es darum, dass mit einer bestimmten Art und Weise, wie ich Botschaften höre, vielleicht eine Beleidigung von einem Klient, der nicht anders kann, weil er so hochgespannt ist, nicht persönlich zu nehmen, also wie Schulz von Thunis sagen würde, mein Beziehungsrohr zuzulassen, stattdessen ruhig zu bleiben und genau zu hören, warum macht er das wohl, warum kann er nicht anders, das Selbstoffenbarung so aufzumachen, warum muss der so reagieren. Das ist ein Klassiker, zu Recht ein super Modell und wenn Sie ein Anfangsseminar machen oder ein Basisseminar an der Eskalzonen zu einem Thema, dann darf es nicht fehlen und dann stellt man so eine Aufgabe und man referiert über das Modell der Ohren und diese Bedeutung im Umgang mit schwierigen, herausfordernden Verhaltensweisen und stellt dann eine Kleingruppenarbeit. Und die lautet denn ungefähr so, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, erinnern Sie sich bitte in der Vergangenheit an eine Situation, wo jemand das Verhalten, wo Sie das persönlich genommen haben, wo Sie Ihr Beziehung so oft hatten, wo Sie deswegen nicht so reagiert haben, wie Sie vielleicht reagieren, wenn Sie sehr gelassen sind und könnten Sie mit einer Umstellung der Wahrnehmung, indem Sie ein anderes Ohr aufmachen, so genau gucken, warum reagiert er so, warum kann sie nicht anders, können Sie sich davor schützen. Das ist die Aufgabe. Und dann finden sich regelmäßig eigentlich immer Leute, Kollegen und Kolleginnen, die dann in der Kleingruppenarbeit sich zusammentun, hinterher und sagen, wenn man die Ergebnisse zusammenfassen will, sagen, Herr Dietzel, ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Armin mich im Schwitzkasten hatte mit 120 Kilo und alter Wichser zu mir sagt, dann nützt mir das nichts. Ach was? Was haben die gemacht? Die haben sich verhalten, als hätte ich gesagt, Friedemann Schulz von Tuns, Klassiker der Kommunikationsquadrat, ist völlig überbewertet und zu Recht so bekannt. Bitte widerlegen Sie in einem Praxisbeispiel, dass dieses überhaupt nicht funktioniert. Das war aber gar nicht die Aufgabe. Das kann jeder und jede. Jeder und jede von uns, die wir mit herausfordernden Verhaltensweisen zu tun haben, hat schon x Situationen gehabt, wo in irgendeinem Modell, irgendeinem Ohrenmodell, irgendein Tool nicht hilft und wo wir reagiert haben, wie wir sonst nicht reagieren würden. Das ist völlig klar. Aber das war nicht die Aufgabe. Die Aufgabe war vielmehr, wo hilft Ihnen denn dieser Klassiker der Kommunikationspsychologie, vielleicht in Zukunft etwas gelassener zu sein. Und das ist mit unbewussten Hindernissen gemeint aufgrund zu viel Stress. Und an dieser Stelle sei Ihnen mal eine Erfahrung von mir geschildert, wenn ich das so einführe, eine Kleingruppenarbeit, dann meldet sich niemand und sagt, wenn XY mit 120 Kilo auf mir liegt und drauf schlägt, dann nützt das nicht. Dann gucken alle, wo hilft das. Und das ist ein großer Unterschied. Und das kann auch jeder und jede für sich selbst entscheiden. Sie alle im Team 17a, die wir heute diesen Tag vor uns haben, wir haben Konflikte in Ihrem Team, Konflikte im Umgang mit Frau Meier. Wir haben die Aufforderung Ihrer Geschäftsführung und die Anforderung, sich fortan als Assistentin zu betrachten und ein wenig beiseite zu stehen. Wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, dann müssen wir unbewusste Hindernisse aus dem Weg räumen. Und denken Sie daran, dass wir uns auch so, das ist auch eine bewusste Entscheidung, dass wir uns fühlen. Das heißt, Sie können in ein Seminar gehen und sagen, ich werde jetzt Schulz von Tun widerlegen. Oder Sie sagen, ich gucke, wo hilft mir das? Sie können auch bei dem, was wir jetzt machen, sich so hinsetzen und sagen, ich werde jetzt mit sehr viel Energie drauf verwenden, jedes Tool, jedes Möglichkeit, was mir gesagt wird, zu widerlegen, das wird Ihnen gelingen. Sie werden den Referenten, in diesem Fall mich hinterher, doof finden. Es wird aber an Ihrer Situation nicht sehr viel sich ändern. Im Gegenteil, es wird zementiert. Der Stress wird chronifiziert. Oder Sie sagen, okay, ich schaue mal, ich packe mal vielleicht bestimmte Sachen weg, ich ateme mal durch und ich gucke mal, wo könnte mir, uns, das Ganze etwas helfen. Das ist auch eine Entscheidung. Und deswegen ist diese Anfangsintervention, die ich jetzt mit Ihnen gemacht habe, so wichtig. Unbewusste Hindernisse entlarven. Wenn Sie mögen, stehen Sie kurz auf, bewegen sich kurz und gucken sich die eine oder die andere Variante an. Im übertragenen Sinne, wollen Sie das Modell der vier Ohren widerlegen, Herr Klammer, das wird Ihnen ganz lässig gelingen. Oder wollen Sie gucken, wo Ihnen das was hilft. Das ist ein großer Unterschied. Und Sie haben es bei allem Stress von außen auch ein wenig selbst in der Hand. Danke. Und damit wollte ich auch niemanden zu nahe treten. Okay. Das ist das Erste gewesen, dass wir versuchen, unbewusste Hindernisse zu entlarven. Und jetzt starte ich mit Ihnen, liebes Team, der 17a. Folgende Variante. Ich halte ein Impulsreferat. Wir haben uns zwar mit der Technik Worst-Case-Szenario und Kontrast-Szenario als Ich-Intro. Das heißt, ich maße mir nicht an, zu entscheiden, wie Sie mit diesem Veränderungswunsch und diesen vielen Stresshonen in Ihrem Team umgehen. Das kommt mir nicht zu. Zwar hat natürlich Ihre Bereichsleitung mir ein bisschen was erzählt. Ich weiß das eine oder andere. Ich weiß, die große Krise von Frau Meier. Ich weiß, dass Sie zwei Lager haben, die völlig unterschiedlich mit Frau Meier arbeiten. Ich weiß, dass Sie auch bei den letzten Dienstbesprechungen, dass die Calls geraucht haben, dass Sie nicht sehr kollegial miteinander umgegangen sind. Und nun sollen Sie auch noch nächste Woche ein gutes Bild abgeben bei der Informationsveranstaltung zum Paradigmenwechsel. Und auch Sie, in dieser intensivpädagogischen Einrichtung, Gruppe, sollen sich bitte als Assistenten, Assistentinnen begreifen. Wie soll das gehen? Ich maße mir kein Urteil an, zu bewerten, wie Sie das machen. Aber ich starte mit diesem Impulsreferat und ich erzähle Ihnen mal folgende Technik, was wäre der blödmöglichste Ausgang von Ihrer Situation. Und ich habe das oft erlebt und ich habe auch selbst solche Situationen schon erlebt. Das heißt, ich gucke mir jetzt mal in diesem Impulsvortrag an, was wäre denn das Worst-Case-Szenario, was Sie jetzt machen müssten, ohne das bei Ihnen zu bewerten. Ich gebe Ihnen das als Vortrag, als Vorschlag. Ich habe viele von diesen Dingen, die ich gleich darlegen werde, selbst schon gemacht und so. Das sind ganz menschliche Dinge. Aber der Vorteil von einem Worst-Case-Szenario ist, dass wir einen messerscharfen Fokus haben auf Dinge, die uns in dieser schwierigen Aufgabe nicht gut tun. Und danach, wenn das so hinkommt, werden wir dann eine kleine Pause machen, damit Sie denn nicht alle mit schweren Depressionen weglaufen und nicht wiederkommen, sei Ihnen versichert. Danach machen wir ein Kontrast-Szenario. Das heißt, wie kann es denn anders gehen? Auf was kommt es jetzt wohl in Ihrer Situation an? Dass die nicht leicht ist, ist mir klar. Ich werde sie noch mal nicht bewerten. Ich maße, werde sie nicht diagnostizieren. Ich gebe Ihnen ein Impulsreferat von etwas, was ich oft erlebt habe, was ich selbst schon gemacht habe. Und danach schauen wir, ob wir gemeinsam starten mit den vielfältigen Veränderungen und Aufgaben, die Sie haben. Okay. Das mache ich jetzt mal. Ich stelle mir also vor, ich bin Teil von Ihrem Team. Wir haben ja, Ausgangspunkt ist, die Differenzen im Umgang mit Frau Meier. Wir haben zwei Lager. Ich bin in diesem Lager, die denken, ja, die muss auch ruhig meine Konsequenz erfahren und das muss genau gleich sein, was passiert. Dann kann sie sich gut orientieren. Als wir diese wichtigen Orientierungspunkte vor vielen Jahren schon mal weggelassen, hat das bei anderen Klientinnen zu einer großen Verunsicherung geführt. Also ist das, was Sie dort machen, diese Fraktion, gerade falsch. Sie reduzieren ja Stress und aggressionsauslösende Reize, Sie machen Ausnahmen, Sie legen den Fokus auf eine, ja, auf Beziehungsarbeit. Und das finde ich blöd. Und ich bin Teil von diesem Team und diese Veranstaltung nächste Woche mit Bundesteilhabegesetz-Assistenten kann mir sowieso gestohlen bleiben. Wir haben zwei Lager am Team und da wir uns nicht einigen konnten, hat das sehr schnell zu einer Verhärtung geführt. Was dann oft der Punkt ist, ist, dass sich einzelne von diesen Kolleginnen und Kollegen mit der konträren Sichtweise, die suchen sich Verbündete. So sind Menschen. Wir wollen uns gerne austauschen und ich suche dann nicht unbedingt vielleicht Ihren Rat oder wir bringen mit Ihnen die Pausen von der anderen Fraktion, sondern ich rede mit denen, die so meiner Meinung sind, wo ich mich widerspiegeln kann. Unsere Stressbewältigungsmöglichkeiten zusammen reichen nicht aus. Der Stress wird mehr, insbesondere meiner. Ich habe es schon angedeutet, ich verhärte so ein bisschen und denke die ganze Zeit an Frau Mayer. Unbewusst unterlaufen mir Dinge, die mir sonst, wenn ich ganz gelassen bin, nicht unterlaufen würde. Und der Stress wird größer. Wir geraten an Dienstbesprechungen aneinander. Beide Lager im Team. Fast immer an dieser Stelle, ich kenne es nicht anders, ist es so, dass das sogenannte Problemverhalten, also die herausfordernden Verhaltensweisen der Klientin, des Klienten, die werden dann stärker. Die spüren den Stress im System, die spüren die voraktivierten, den hohen Cortisolspiegel der Mitarbeitenden und es wird größer. Jetzt ist es so, dass wir, wenn wir im Stress sind, wir leider dazu neigen, dysfunktionale Verhaltensweisen und Erklärungsmuster an den Tag zu legen. Automatisch wollen wir die Windmühle abreißen und nicht etwa eine bauen. Das macht der Stress. Also nochmal, das ganze Blut ist vom Gehirn in die großen Muskeln gepumpt, damit ich gut kämpfen oder weglaufen kann, aber Nachdenken, vielleicht auch eigene Anteile an Situationen erfragen, vielleicht etwas sensibler sich mich mal beiseite stellen, wenn eine Klientin sehr, sehr wütend ist. Das geht da nicht gut. Was auch gar nicht gut geht, ist Neues ausprobieren. Kreativ sein. Dazu habe ich letztendlich einfach zu viel Cortisol im Gehirn, im Blut, im Körper. Das mache ich nicht. Ich mache mehr dasselbe. In meinem Fall, ich bin ja bei dieser Fraktion, ich mache mehr Regeln, mehr Druck und mit allem unterschwellig, mir gar nicht klarem Embodiment, mit einer Körperhaltung begegne ich der Frau Meier, die deswegen das Verhalten erst recht bei mir zeigt, was aber ich nicht zum Anlass nehme, darüber nachzudenken, dass ich es vielleicht anders machen sollte, sondern das ist mir Argument genug, siehst du, ich habe ja recht. Also zu wehen, zu viel Cortisol im Blut, keine guten Varianten miteinander, des Umgehens, sondern dysfunktionale Verhaltensweisen. Und ich bin, wie gesagt, noch einmal, ich bin beim Worst-Case-Szenario. Wie es Ihnen geht in der 17a, maße ich mir nicht an. Ich erzähle Ihnen das, was ich selbst schon oft selbst praktiziert habe und was ich bei vielen Teams kenne, denn das macht man nicht aus schlechtem Willen. Wir sind so. Wenn der Stress zu groß ist und Sie haben viel Stress, dann neigen wir dazu. Wir sind dann einfach nicht so gut. Ich bin weiterhin beim Worst-Case-Szenario. Dysfunktionale Erklärungsmuster. Ich habe jetzt selbstwertdienliche Verzerrungen. Das heißt, es ist beispielsweise so, dass meine Einrichtungsleitung mich jetzt noch so oft informieren kann und noch so oft beteiligen kann online. Ich fühle mich generell so, das wird nicht gefragt. Das können die gar nicht richtig machen. Und wenn ich irgendetwas ablehne und da doch positive Anteile daran sehe, sehe ich die nicht. Das ist eine selbstwertdienliche Verzerrung, die macht ja Stress. Übrigens, wenn wir beim Thema Veränderungsdruck sind, tappe ich jetzt auch in die sogenannte Wertschätzungsfalle. Ich habe das ganz oder eigentlich nie anders erlebt an dieser Stelle, dass Mitarbeiter dann sagen, toll, war das alles nichts mehr wert oder wie. Das hat eigentlich nie jemand gesagt. Es wurde nur was anderes vorgeschlagen, etwas, was noch nicht gedacht wurde, aber es fühlt sich so an. Ich werde Ihnen nach diesem Worst-Case-Szenario nochmal ein Beispiel bringen, wie ich das auch mal hatte, wie sich das so anfühlte. Also Wertschätzungsbefalle, jetzt bin ich auch noch ein bisschen gekränkt. Wir haben dann andere Dinge im Umgang mit Frau Mayer, die ein großes Problem da sind. Der Daniel Kahnemann hat ja sein großer Verdienst, nicht umsonst den Nobelpreis dafür gekriegt, die Denkfehler untersucht. Alle möglichen Denkfehler, die wir jetzt kennen, die tappe ich. Das geht zum Beispiel so, der bekannteste oder einer der bekanntesten Denkfehler ist der Bestätigungsirrtum. Das heißt, ich bin bei dieser Fraktion, die finden, Frau Mayer muss eine Konsequenz erlangen und die andere Fraktion da mit diesen Betülen ist sowieso Quatsch. Und jetzt, ich denke mir jetzt irgendwas aus, nehmen wir mal an, Frau Mayer hat selbst dafür zugestimmt, fürs ambulant unterstützte Wohnen zu üben und deswegen hat sie Aufgaben, die sie übernehmen will am Samstag, ein bestimmtes Amt, das dient ihrer Selbstständigkeit, möchte sie selber gerne und das sorgt aber in der Krise gerade immer für Probleme. Ich selbst habe, als ich das einmal durchsetzen wollte, eine körperliche Auseinandersetzung von Frau Mayer gehabt. Und Sie dort im Team von der anderen Fraktion, Sie haben eine andere Erfahrung gemacht. Sie sagen, oh, wir haben auch festgestellt, dass die Frau Mayer so angespannt war und da haben wir mit ihr verhandelt, und wir haben gesagt, okay, wenn das jetzt nicht geht, brauchst du es nicht machen, wollen wir es auf Montag verschieben. Und hat sie sogar Montag gemacht. Jetzt sage ich, leider nicht, das ist ja interessant, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, erzähl doch mal, sondern was ich jetzt mache, das ist der Bestätigungsirrtum, na toll, diese Bombenpädagogik, die führt zu gar nichts, das haben wir schon gemacht. Das passiert sehr, sehr häufig und das ist leider das Gegenteil von Klientenzentrierung. Das heißt, spätestens jetzt geht es nicht mehr darum, wie es Frau Mayer geht, überhaupt nicht, sondern mir und den anderen geht es nur noch darum, wer recht hat. Wenn man das mal sich von oben betrachtet, ist es so, dass dieses Verhalten von Frau Mayer mir große Probleme bereitet und da sind zwei Kolleginnen in dem Team, die etwas Neues ausprobieren und dieses Verhalten wird nicht gezeigt. Also Frau Mayer muss auch nicht in diesen Stresszustand geraten und statt, dass ich sage, das ist mal interessant, dann wollen wir uns mal so angucken, das ist Bombenpädagogik. Das ist der Bestätigungsirrtum. Und wenn es so weit ist, passiert das mit dem anderen Lager auch und dann sind wir alle dabei gefangen, dass wir sind ja keine schlechten Menschen, keine schlechten Heilerziehungspfleger oder Sozialarbeiter oder Psychologen, sondern wir machen einfach Denkfehler und fühlen auf eine bestimmte Art und Weise, die uns nicht gut tut und auch Frau Mayer nicht. Jetzt wird das Verhalten von Frau Mayer es recht weitergehen. Jetzt gibt es Dinge, die weiterhin auf dieser dysfunktionale Ebene passieren. Das ist der systematische Eskalationskreislauf. Das heißt, der desystemische, also ich und beide Lager im Team, das kenne ich oft, dass sich zwei Lager gegenüberstehen. Wir erklären jetzt unsere Sichtweise jeweils mit dem Fehlverhalten der anderen. Das geht zum Beispiel so in Bezug auf Frau Mayer, weil ihr so viel Ausnahmen macht ihr dort hinten und Frau Mayer sich überhaupt nicht mehr orientieren kann, deswegen kriege ich hier auf die Fresse. Und die anderen sagen, nein, nein, weil ihr Frau Mayer gar nicht mehr atmen lasst, weil ihr alle den Takt fein durchteacht von morgen bis abends was als nächstes kommt. Deswegen kann sie nicht anders, als um Wallung zu geraten. Und deswegen kriegen wir auf die Fresse. Und beide Seiten begründen ihre Sichtweise zu arbeiten mit dem Fehlverhalten der anderen. Das gibt es oft in Teams und das ist immer ein sehr schwieriger Moment. Ein Klassiker ist beispielsweise eine systemische Sichtweise, können wir flicken. Eine Kollegin sagt, ich bin die Einzige, die sich um etwas kümmert. Keiner aus mir macht was, außer mir macht was, deswegen muss ich ja die Wäsche zum Petschen am Wochenende mit nach Hause nehmen. Und die anderen sagen, du lässt uns noch nicht mal die Luft zum Atmen, du reißt alles an dich. Beide haben aus ihrer Sichtweise Recht. Und wenn beide Recht haben, dann muss das Ganze chronifizieren und irgendwann aneinander klatschen. Und meine Erfahrung ist, dass bei Konflikten, die aufgrund von Verhalten von Menschen entstehen, Menschen, deren Introspektionsfähigkeit eingeschränkt ist, die also nicht so über sich Auskunft geben können, wo die Mitarbeitenden eh alles stellvertretend machen und immer überlegen, warum der aus welchem Grund das so macht, ist das besonders schnell. Dann haben wir zwei feste Lage und jeweils die andere Schuld daran, dass es mir so geht. Dass ich selbst Anteile daran habe, das sehe ich nicht. Dafür habe ich zu viel Stress im System. Wir sind wie gesagt beim Worst-Case-Szenario, wir lösen das später auf. Jetzt passieren andere Dinge, insbesondere voraktivierter Zustand des Gehirns. Das geht ungefähr so. Nehmen wir mal an, dass ich jetzt schon ein, zwei Mal mit Frau Mayer aneinander geraten bin, richtig laut geworden bin, weil ich nämlich so richtig voraktiviert da reingehe, also eine Körpersprache habe, dass die arme Frau Mayer gar nicht anders kann, als hochzugehen. Meine Teamleitung, das seien Sie, Sie haben ja schon gesagt, Volker, an diesem Ton bitte nicht und das ist ja kein Wunder und orientiere dich mal an denen der Fraktion. Jetzt nehme ich mit das nach Hause, finde das blöd, fühle mich ungerecht behandelt. Ich habe doch recht. Die haben die harten Zeit nicht miterlebt. Und dann lese ich im Dienstbuch einen Vorschlag von Ihnen beiden für die nächste Dienstbesprechung dieses Morgen. Sie schlagen vor, Frau Mayer in der Krise, dass es gut sei, dass Selbstständigkeitspotenzial erhöht wird und dass Sie bitte Ihren Zigarettenkonsum selbst entscheidet. Das wird ja bis jetzt strukturiert. Diese Information führt dazu, dass ich furchtbar mich aufrege. Ich gehe nach Hause, ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Meiner Familie erzähle ich das, wie bescheuert doch die neuen Kolleginnen sind, ob ich das schon mal erzählt habe, dass wie mit Frau Mayer umgegangen wird, meine Tochter sagt, ja, Papa, ganz ehrlich, nicht zum ersten Mal. Gibt es nicht ein anderes Thema? Nein. Und ich bin hoch aktiviert und nehme das mit nach Hause. Wir können, das ist ja das Problem, wir können, beim Stress ist es das Problem, wir können uns richtig in etwas hineingrübeln. Das Gehirn ist ein Simulierungsorgan, das macht gar keinen Unterschied, ob ich mir eine Situation vorstelle, ob ich da drin bin. Also wenn ich, bevor ich zum Dienst komme, mir überlege, wie schwierig das mit Frau Mayer wieder wird und wie sehr mich das verletzt hat beim letzten Mal und zu Hause darüber nachgrübele, wie bescheuert ich eigentlich den Vorschlag der Kollegin finde, dann trainiere ich letztendlich mein Gehirn nur auf Stress. Und das nennt man voraktiviert. Jetzt komme ich zur Dienstbesprechung. Ich bin voll mit Cortisol, mit Stresshormonen. Meine Gruppenleitung hat mir ja gesagt, Volker, bitte in dem Ton wollen wir hier nicht umgehen und wir müssen ruhig mit Frau Mayer umgehen, sonst wird das nichts. Das finde ich ja auch noch ungerecht behandelt. Und jetzt gehe ich rein und habe mich mühsam im Griff. Ich bin geladen, so wie ich jetzt auf sie wirke, wirklich auf der Dienstbesprechung. Das heißt, meine Stimme ist mit dem Mal hier oben, ich bin ein bisschen schrill, ich bin unsouverän, meine Muskeln sind angespannt, ich habe hier eine kleine Verästelung auf der Stirn. Jeder spürt das. Und diese Energie trage ich in mein Team. Ich brauche gar nicht viel sagen. So wie ich mich da hinflätze und so weiter, ist klar, ich bin auf Angriff gepolt. Und ich habe also die ganze Nacht nichts anderes gemacht als mein, durch eine Simulierung der Dienstbesprechung, durch ein Reingrübeln, mein Stresshormonpegel hochgehalten. Und jetzt ist es ganz egal, was die armen, bedauernswerten Kolleginnen jetzt sagen, sobald sie loslegen, ja, wir haben eine gute Idee, wie es Frau Mayer besser geht, da ist bei mir geht es los. Natürlich, wollt ihr ja auch noch Schnaps geben oder was? Das ist doch lächerlich. Das macht der hohe Stresspegel. Das macht die Voraktivierung. Und mein Job ist es ja, Teams zu begleiten, die in Konflikten sind und mit Veränderungsdruck noch mehr Konflikte haben. Und das ist ein Hauptproblem. Wir haben dann Dienstbesprechungen, wo haufenweise voraktivierte Kollegen und Kolleginnen sitzen in unterschiedlichen Lagern. Und das kann zu nichts Gutem führen. Das geht noch weiter. Jetzt gibt es eine Eskalation, es wird laut und jetzt kommen Sie und ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen seit vielen Jahren. Sie kommen jetzt zu mir und sagen hinterher, Mensch, Volker, also ich verstehe ja deine Bedenken, aber ganz ehrlich, wie du gerade eben die beiden da angegangen hast, das war aber auch unter aller Konone. Jetzt sage ich ja nicht, oh, danke für diesen kollegialen Hinweis, für diese kollegiale Beratung, so wollte ich gar nicht wirken, so machomäßig, so aggressiv, sondern was sage ich, na toll, jetzt fällst du mir auch noch in den Rücken oder was? Das macht die Voraktivierung. Jetzt bin ich gekränkt, rechtschaffend, wütend und alle anderen sind schuld daran. Und das geht häufig vielen so. Und mit dieser Haltung soll ich jetzt und die anderen im Team in zwei Tagen eine Veranstaltung meiner Geschäftsführung beiwohnen, wo wir Hinweise kriegen, wie wir den Change-Management-Prozess gestalten, wo wir uns fortan im Umgang mit Frau Mayer und anderen als Assistentinnen begreifen und einen Weg beiseite treten und nicht mehr stellvertretend das organisieren sollen. Das ist ein völliges Rätsel, wie das gehen soll. Dazu bin ich zu gestresst und wir alle. Worst-Case-Szenario, es geht noch weiter, halten Sie es noch aus, wir gucken uns dann später an, wie man da rauskommt. Blöderweise ist es an dieser Stelle nicht vorbei, sondern ich finde jetzt weitere Erklärungen für mein Verhalten und am blödsten, das ist ja bei einem Worst-Case-Szenario, ist es, wenn ich jetzt eine Erklärung mit Ausweglosigkeitscharakter finde. Das gibt es häufig. Früher gab es das so in der deutschen Psychologie, man hat gesagt, ah, der bei der Lebensgeschichte, ach, was soll davon werden? Bei, wenn wir alle im Team so viel Stress haben, dann geht eine Erklärung mit Ausweglosigkeitscharakter ungefähr so, das gibt es häufig bei innerer Kündigung. Dann sage ich, ah, vergiss es, die hier, die Einrichtung, das ist wie ein Tanker. Ich bin schon so lange dabei, der nimmt man hinten das Steuerrumm und bis der sich vorne dreht, das kannst du vergessen. Ich habe schon so viel erlebt hier, also UK und ProDema, Deeskalation und jetzt Assistentin, Prinzip Bundesteiler, vergiss es. Da wird nichts draus. Also ich erkläre eine Situation, ein Problem so, dass völlig klar ist, ich kann nichts dran machen. Und das ist mal besonders blöd für meine psychische Gesundheit. Deswegen heißt es ja auch dysfunktionales, Verarbeitungsdenk, Fühl- und Verhaltensmuster. Ich fühle das so. Ja, und jetzt gehe ich zu Ihnen. Sie sind die eine Kollegin, die noch auf meiner Seite ist, obwohl ich mich so daneben benehme und sage, Mensch, findest du das nicht auch so bescheuert? Welcher Wind hier weht, was wir machen müssen? Komm, dass die neue Gruppenleitung irgendwie dieser Weichkuschelpädagogik da das Wort redet und jetzt müssen wir noch Assistentin sein neuerdings, wie das gehen soll, soll uns jemand mal zeigen. Komm, wir gehen gemeinsam zum Griechen und jammern los. Ja, das im ersten Moment fühlt sich das gut an, wenn wir uns zusammentreffen, abends beim Griechen losjammern. Es wird ein bisschen Oxytocin, das Bindungshormon, ausgeschattet. Aber danach reden wir nur noch über alles, was schlecht ist und produzieren weiter Cortisol und Stress, der weiter im System bleibt. Und wenn das bei mehreren Lagern im Team der Fall ist, dann haben wir verschiedene Dinge, die sind so sicher wie das Arm in der Kirche. Das Problemverhalten, das sogenannte Problemverhalten, der Frau Meier geht weiter, wird stärker, die Gruppenkultur leidet. Wir kriegen das von außen gespiegelt und selbst fällt es gar nicht aus. Wir bölken uns an, wir gehen alle mit Stress zum Dienst und jetzt kommen erste Stimmen, das Taxifahrer oder Therapeutin, Mensch, was brauche ich denn los? Irgendwann kommt jetzt, und das ist kein dankbarer Job, eine Vorgesetzte und sagt, hallo, in welchem Umgangston das wird mir gespiegelt, was ist denn hier los? Da gehen aber sofort die Burklammern runter, weil wer hat das denn gesagt? Weil wir weiterhin so gestresst sind. Es kommt zu Verantwortungsdiffusion, das heißt, die Qualität der Arbeit leidet, so Eigeninitiative ist nicht mehr groß geschrieben, Sachen bleiben liegen, wenn die es nicht machen, weiß ich es auch nicht und warum soll ich das neue bestellen, wenn doch hier alles kurz und klein geschlagen wird von Frau Meier, weil man mir nicht folgt. Also die Qualität der Arbeit leidet, die Kultur der Arbeit leidet, die Assistenzleistungen sind miserabel, andere Klienten, Klientinnen lassen sich anstecken, irgendwelche Veränderungsprozesse gelingen nicht. Sie können sich ausdenken, was passiert, wenn wir jetzt gemeinsam als Team in diese Bundesteilhabegesetz-Paradigmen wechseln, wir sollen jetzt auch Assistentin sein Veranstaltungen gehen. Wie viel wir da mitnehmen? Gar nichts. Leider ist das auch der Weg in Erkrankung, weil dieser hohe Cortisolspiegel, dieser hohe Stresshormonspiegel führt dazu, dass Entzündungswerte höher werden, es kommt zu Langzeitkranken. Jeder Einzelne und jeder Einzelne hat keine große Kontrollüberzeugung mehr, keine Selbstwirksamkeit, man fühlt sich hier ja in einer Art Opferrolle und es kann nicht gut funktionieren und wenn wir in einem Team diesen Weg gehen, dann werden wir auf jeden Fall mit diesem Impulsreferat, mit diesem Paradigmen wechseln, wir werden nur das Schlechte sehen, wir brauchen gar nicht hingehen. Wir können uns alle krankmählen, es ist eh klar, dass wir einen Referenten daneben finden und dass wir wissen, mit unseren Leuten geht das nicht. Das können die von der Uni ja mal uns hier zeigen. Aber uns geht es damit nicht gut. Wir leiden. Das ist eine letztendlich richtig schwierige Situation und wir uns manövriert haben, nicht weil wir schlechte Menschen sind oder so, sondern der Stress war letztendlich zu groß, sodass wir nicht anders konnten, als Dinge zu machen unter diesem hohen Kortisolspiegel. Ich gebe Ihnen mal so ein kleines Beispiel, wie ich mich da wiedergefunden habe, mal beim Thema Veränderung und dann werden wir uns langsam mal in eine Pause verabschieden und hinterher gucken, wie kann es anders gehen. Das war in den 90er Jahren und in den späten 90ern, da war ich in einer Einheit, in einer Wohneinheit, Expertinnen für Umgang mit schweren, herausfordernden Verhaltensweisen. Es gab fast täglich Brachialaggressionen und wir waren so ein Kollektiv, wir hatten keine Leitung und waren so für uns und dann hat die Geschäftsführung beschlossen, jetzt müssen alle ein Tandem bilden und jede Gruppe, auch wir, müssen mit einer anderen Gruppe zusammen umziehen in neue Häuser. Veränderungen waren für unsere Klienten und Klientinnen schlecht, nicht leicht umzusetzen und außerdem müssen wir auch eine Gruppenleitung kriegen, was wir gar nicht wollten. Wir waren bis jetzt ein gutes, funktionierendes Kollektiv und diese Veränderung, dieser Veränderungsdruck gegen den Willen umziehen, die Zunahme des Verhaltens der Klienten, Klientinnen, die Brachialaggressionen, die Krisen, gegen den Willen ein Tandem bilden müssen mit Menschen, die auf dem Rollstuhl angewiesen sind, die wir schützen mussten und dann eine Gruppenleitung kriegen, obwohl wir Briefe geschrieben haben an die Geschäftsleitung, wie blöd wir das finden, da habe ich alle diese Sachen, die ich Ihnen eben gerade geschildert habe, auch gemacht. Vor allen Dingen Wertschätzungsfalle. Ich saß da so toll, das heißt, es war nichts wert, oder? Nie, wenn jemand geschlagen wurde, ist nie einer von denen gekommen, aber jetzt heißt es, es war alles nichts wert, weil wir das nicht mehr machen dürfen, auf unsere Briefe wurde nicht reagiert. Dysfunktionale Verarbeitungsmuster, Erklärung mit Ausweglosigkeitscharakter und jeder positive Aspekt dieser Veränderung war mir verschlossen. Das heißt, es sind also sehr, sehr menschliche Eigenschaften, aber, und so bitte ich auch Sie, liebes Team der 17a, das so zu verstehen, noch einmal, ich maße mir nicht an, Sie zu diagnostizieren, wie Sie stehen, weiß ich nicht. Aber ich habe mich schon so gefühlt, ich habe schon so gedacht, ich habe schon so reagiert, ich fand mich schon in solchen Mustern, wie du nicht weißt, das war nicht gut für mich. Es ging mir selten, so schlecht wie da. Und dazu lade ich Sie ein, dass wir diese Technik nutzen, wir kommen später zu Ihnen als Team, wir versuchen uns, den blödstmöglichsten Verlauf anzugucken, was Sie in Ihrem Team jetzt weitermachen, tun, denken, sich verhalten müssten, was da denn bei rauskommt, um später einen messerscharfen Fokus zu haben, was wir anders machen können. Ich weiß, dass mir es in dieser Art und Weise nicht gut ging, mit dieser Voraktivierung im Gehirn, mit dieser dysfunktionalen Art und Weise, die Probleme zu beleuchten, mit dieser Selbstwertfalle, na toll, denn war das alles nicht wert, da tut es mir nicht gut. Und deswegen möchte ich, und das ist meine Einladung auch an Sie, in Zukunft, die Arbeit wird ja nicht einfacher, der Veränderungsdruck, wir haben es ja gerade etwas erlebt, anderthalb Jahre lang, was niemand für möglich gehalten hatte. Wir werden alle wieder, auch Sie im Team, mit der 17a in Situationen bereiten, wo wir an so einer Grenze stehen und dann möchte ich in Zukunft solche Prozesse bei mir eher erkennen als vorher. Das ist nicht zu völlig zu umgehen, wir sind so, wenn der Stress, der Cortisolspiegel zu hoch ist, dann passieren Dinge, dann machen wir Dinge, die für uns gar nicht so gut sind, aber ich möchte die in Zukunft eher erkennen. Und das auch meine Einladung an Sie, wenn Ihnen irgendetwas davon bekannt vorkommt, was ich Ihnen eben geschildert habe, dann können wir in einem weiteren Teil schauen, was wir stattdessen machen. Aber mit so einer Verhaltensweise oder solchen Verhaltensweisen, die wie gesagt völlig menschlich sind, werden Sie das nicht hinbekommen. Sie werden als Team der 17a diese Situation nicht managen, Sie werden Ihre Betriebskultur, den Umgang mit Frau Meier, die Krise mit Frau Meier und schon erst recht nicht die Bundesteilhabegesetz- Assistentinnenveranstaltung irgendwie hinbekommen. Ja, ich möchte jetzt gleich eine kleine Bildschirmpause mit Ihnen machen. Ich verspreche Ihnen, laufen Sie nicht weg mit einer schweren Depression oder so weiter. Wir werden das hinterher auflösen. Das war ein, wir sind bei einem, ich veroorde es nochmal, liebes Team der 17a. Wie Sie mit diesen vielen Veränderungen umgehen, weiß ich nicht. Ich diagnostiziere Sie nicht. Ich wende eine Technik an. Und zunächst einmal unbewusste Hindernisse vorwegnehmen, damit überhaupt was geht zum Zuhören. Sich entscheiden, will ich Schutz von Thun als Beispiel widerlegen oder will ich gucken, wo mir das irgendwas hilft. Und jetzt haben wir uns ein Worst-Case-Szenario angeguckt. Also was wäre bei diesen vielen, vielen Stressoren, die Sie haben und im Hinblick auf die Wunsch Ihrer Einrichtungsleitung, dass Sie Ihr Selbstbild am Bundesteilhabegesetz und einem Assistenten im Prinzip neu ausrichten, was auf Sie zukommt, was wäre der allerblödste Verlauf, was wäre das, was wirklich am schwierigsten wäre, damit wir einen messerscharfen Fokus haben, was wir stattdessen machen können. Ja, und nun möchte ich zehn Minuten Bildschirmpause machen, Ihnen und mir die Chance geben, einmal durchzuatmen und dann laufen Sie nicht weg, gucken wir uns ein Kontrastszenario an, was können wir denn, liebes Team der 17a, stattdessen machen. Bis gleich. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.